Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin des Falter und wer hätte gedacht, dass ich im Jahr 2022 dieses Video machen muss? Es wirkt wie ein irritierender Streich der Geschichte. In Deutschland wird vergangenen Freitag endlich jenes Gesetz abgeschafft, das Bewerben von Abtreibungen strafbar macht. Und am selben Tag gehen Mitarbeiterinnen zu ihrem letzten Dienst in einer texanischen Abtreibungsklinik. Der oberste Gerichtshof der USA hat das verfassungsmäßige Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch nun endgültig aufgehoben. In konservativen Bundesländern werden noch mehr Frauen sterben, weil sie keinen Zugang zu legalen Abtreibungen haben. Schon lange geht es in dieser Diskussion nicht mehr um die spannende Frage, wann Leben überhaupt beginnt, sondern um Ideologie. Wahlkämpfe werden damit geführt, Kirchenvertreter jubeln über das Abtreibungsverbot. Hat sich wirklich nichts verändert? Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch eine Selbstverständlichkeit war. Heute blicke ich um mich und muss schmerzhaft feststellen, dass das nicht ganz so stimmt, dass wir dieses Recht immer und immer wieder verteidigen müssen. Auch in Polen sind Abtreibungen seit 2021 fast vollständig verboten. Mindestens drei Frauen hat ein zu später Schwangerschaftsabbruch seither das Leben gekostet. Und auch in Österreich ist der Eingriff lediglich straffrei. Nur wenige Ärzte und Ärztinnen führen ihn durch. Was also tun? Darüber habe ich mir in der dieswöchigen Falter-Ausgabe Gedanken gemacht. Erstens, Prävention wirkt. In Ländern mit Gratiszugang zu Pille oder Spirale sinkt die Zahl der Abtreibungen. Zweitens, wir brauchen bessere Daten. 30.000 bis 35.000 Abbrüche pro Jahr soll es in Österreich geben. Damit wäre das Land an der EU-Spitze. Wer sind die Frauen? Wie erreicht man sie? Drittens, Abtreibung ist Geldsache. In Ländern wie Deutschland ist Abtreibung auf Krankenschein sozial gestaffelt möglich. Viertens, wir müssen enttabuisieren. Vielleicht würde das auch dazu führen, dass mehr Krankenhäuser den Eingriff anbieten. Noch gibt es Bundesländern, in denen das nur einzelne private Ärzte machen. Fünftens, die rechtliche Frage. In Frankreich ist Abtreibung ohne Angabe von Gründen und Bedenkzeit möglich. Warum den Eingriff nicht auch in Österreich legal, nicht nur straffrei machen, vielleicht sogar eine Verfassung verankern, zumindest aus symbolischen Gründen. Sonst, so fürchte ich, werden wir das Thema auch noch in 30 Jahren diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.